Wie lange geht die Reise auf das Afrika? Eine Viertelstunde. Ab Hauptbahnhof. Das hätte ich mir länger vorgestellt. Und dann braucht man kein Visum. Nein, Impfungen braucht man auch keine. Für die neue afrikanische Savanna reicht es ein normales Eindritsbilett. Die Reise ist auch sehr angenehm. Ausser du hast die Tram-Scham. Jetzt gibt es dort seit 60 Jahren wieder Giraffen. Die sind aber nicht mit dem Tram gekommen. Nein, das sind Bar-Hufer. Die könnten das Ticket doch gar nicht lösen am Automat. Mühen sie auch nicht. Sie leben ja jetzt in dieser neuen grossen Levasavanne. Zusammen mit vielen anderen Tieren. Ja, mit Nashörnern, Zebra, Erdmännchen. Mein Lieblingstier, hast du aber wieder vergessen. Zwergponys sind nicht dort drin. Nein, Nacktmull. Gleicher dir übrigens. Schon Eindrücklicher, die Affenbratbäume in diesem afrikanischen Licht. Nein, Fichtor, das ist der Zürichberg. Hauptbahnhof, Zürichberg, Afrika. Ja, das haben die ja nicht. Ja, ihr in Winterthur auch nicht. Darum gehen wir jetzt in Zürich zu. Malika, na kupenda malaika. Ja, 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 ja. Como no, yeah, ja, ja, ja. Uwe, weh, 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 weh. Vielen Dank.